... hier auf einem Feld, was zwar so lang wie ein Fußballfeld ist, aber nur halb so breit. Die Teams kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus Luxemburg oder der Schweiz. Vergleichen kann man das Profi-Frisbee... Die fressen nicht so viel, das reicht ja schon wahrscheinlich. ... muss sich freilaufen, um mit einer Plastik-Scheibe in eine sogenannte Endzone werfen. Tim Hu-Yeng, ein Frisbee-Nationalspieler hier aus Darmstadt, erzählt mir, das strengt richtig an, weil du permanent am Springen bist. Ja, das beste Darmstadt. Und auch die Gewinnzahlen vom Samstags-Lotto 2, 3, 26, 44, 45, 46, Superzahl ist die 7. Die Ziehung im Spiel 77 lautet 04, 02, 85, und in der Super 6, 7, 0, 8, 0, 45. Morgenwischen. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr und auch gerade zum Nachlesen bei FFH im Web und in der Web. Der FFH-Staubklinik, schnell informiert, sobald was passiert, 2 von 9 ist es, guten Morgen, auf die Straßen, die sind nur hier vor. Oh ja, oh Gott, das klingt ab hier. Der Sommerwetter ist noch ein bisschen frisch, aber es wird heute wieder ein schöner am See- oder ein Parkliebtag. Zumindest safe bis zum späten Nachmittag, denn so lange gibt es hier Sonne, und dann hat es mal 28 Grad. Ja, und dann gibt es eben ab dem späten Nachmittag vereinzelten Verschauer und Gewitter, erst im Süden, später auch im Norden. Morgen und Dienstag dann mit maximal 23, 24 Grad ein bisschen frischer. Dazu gibt es morgen viel Regen, Dienstag wieder was in der Sonne. Und ab der Wochenbettel ist auch nicht hoch mit den Temperaturen über 25 Grad dann wieder, aber weiterhin genuscht. Ja. Hey, ich habe mir das an jeder Stelle mit den Kornflakes, die Sie da gerade in den Geschwisterstücken noch mal überlegen. Wenn Sie die Pappe der Verpackung essen, dann nehmen Sie tatsächlich mehr, mehr Stoffe zu sich, als wenn Sie die Kornflakes essen. Und das ist leider kein Scherz. Gut, die Stoffe war wahrscheinlich nicht so gut, die Pappe, ne? Insofern guten Appetit, ich wünsche mir die Burmeister einen schönen Sonntag. Ganz viel Musik habe ich jetzt für Sie. Wiz Khalifa hat so gechillt in den Sonntag starten. See you again und the Imagine Dragons on top of the world. Das ist Hessies Playlist. Was ist es? Da kann man, bingeln, mit dir, da kann man drauf sitzen, ja, da kann man bingeln. Das kommt ein Schmuck. Geht es nicht so gut, so können wir auch. Das war's für heute.